Hey Leute und willkommen zu einem weiteren Park von diesem verdammten Spiel, auf das ich eigentlich überhaupt keine Lust mehr habe. Leute, ich mach das ganz wirklich jetzt gerade im Moment nur für euch. Auch wegen euch hol ich mir jetzt im Moment noch keine Windows 7 Testversion. Weil ich noch nicht, ähm... Also die Windows 7 Testversion, das sind halt die Save-Dateien weg. Und nur deshalb hol ich mir das ja noch nicht. Leute, alles wegen euch. Und das ist irgendwie gerade kacke, dass das kam, die Werbung. Egal. Ja, weil sonst hätte ich jetzt das schnelle Windows 7, wo nichts mehr abkackt, aber eben keine Save-Dateien mehr. Dann würde ich halt mit Diamant anfangen, oder was? Naja, sowas halt. Ich hatte jedenfalls vor, mit Diamant anzufangen. Schon lange eigentlich auch. Hab ich euch ja auch schon erzählt. Irgendwann werde ich ja auch mal I Wanna Be The Guy machen. Vielleicht doch mal I Wanna Be The Tribute und I Wanna Be The Ultimatum. Mal sehen. Später dann auch wirklich eher Let's Place noch. Ja. Sorry, ich hab genießt das. Egal. Oh, ganz knapp an Stacheln vorbei, ey. Alter. Nee, ich hab' das auch. Oh, gut, das mach ich noch mal. Wenigstens krieg ich. No, ich dachte ich krieg dafür ein Leben. Leute, wie geht das noch mal? Wie geht das noch mal? Wie gletsche ich mich dann immer hier runter, irgendwie? Oh, Gottchen. Leute. Ganz ehrlich, tut mir leid, dass ich das da und wieder machen muss. Denkt ihr, mir gefällt's? Weil wenn ja, dann liegt hier falsch. Ich würde es bloß ganz gerne irgendwie mal schaffen. Wie komme ich denn hier dann immer runter, hä? Durch irgendeinen Glitch, ey. Der bestimmt ganz einfach zu durchschauen ist. Hä? Oh. Ja. Alles klar. Ja. Jetzt hab ich's wenigstens mal kapiert live für die nächsten Teile des Let's Plays. Damit ich weiß... Oh, ich bin so falsch rumgelaufen irgendwie. Ja. Wie das geht. Gut. So. Ja, genau. Frage, wie komm ich da hoch? Ja. Nur mal so. Ja, und jetzt, wenn ihr mir helfen würdet, aber... Nee. Braucht ihr jetzt nicht. Ähm, ja. Ich lass es dann einfach mal und geh den ganzen weiten Weg zurück. Ach, wieder so ein Film von diesem verfickten Spiel, ey. Das gefällt mir nicht, wenn die immer nur so kurze sind. Und hier muss man sagen, ja, hm, ist klar. Ja. Hoffentlich geh ich jetzt wenigstens richtig. Ich posier mal kurz. So, hier sind wir wieder. Ähm, sorry, wegen der Pause. Bloß, ähm, wie euch vielleicht aufgefallen ist, ist meine Lebensenergie wieder etwas voller... Oh, das war unnötig. Ey, wenn da hinten ein Hähnchen gewesen ist, da war das vollkommen unnötig zu pausieren. Weil das eh immer fast die ganze Energie locker auffüllt. Wie geht der? Ja, so, okay. Wie geht der denn? Hm, ach. Fickte Scheiße. Dummes Spiel, ey. Ich mag zwar One Piece, aber... Nee, so noch vor mir. Was ist hier? Ja, gar nicht. Oh, ja. Hm, ist klar. Das hat doch vor uns gerade geklappt. Ach so, ja. Ach so, ja, das war eigentlich sinnlos. Weil eigentlich hängt es ja an dem Sprung. Naja. Vielleicht wäre ja jemand zu gütig, mir das zu erklären. Dieses dumme Spiel. Und wieder ein Fight! Ich hab den doch schon gemacht, ey. Alter. Oh, Strohhut, ey. Jetzt mach den doch endlich fertig, Ruffy. Du bist doch der Anführer dieser Bande. Da musst du doch mal stark genug sein, diese Typen fertig zu machen. Wenn ich nur mit Zoro spielen könnte, das wäre viel besser. Was denn jetzt, Leute? Ne, Leute, wisst ihr was? Ich glaube, ich geb bald auf mit dem Spiel. Das ist mein erstes abgebrocktes Projekt, ja. Aber... Ich hab keinen Bock mehr. Ich mach da nur Videos, die höchstens 5 Minuten lang sind. Und dann schlechte Bewertungen von jedem bekommen. Weil die dem nicht gefallen, wegen den vielen Fails. Also nicht von allen, aber den meisten. Und dann macht's mir keinen Spaß mehr, unbedingt. Wenn ich so spielen würde, ja. Aber nicht in dieser Zeit, unter diesem Zeitdruck. Das ist nicht mehr schön. Dann weiß ich nie, wo ich hin muss. Und dann hilft mir meistens keiner, weil niemand meine Videos bis zum Ende anschaut. Also, keine Kritik jetzt. Ne, manche machen das schon. Ah, das ist echt... Leute. So, Mist. Ciao, Leute. ... Das war's.